Geh mal runter vom Bild runter vom Bild Kamera ist recording Hallo Leute und willkommen zum zweiten Teil Ich fick Luisas Reifen Hallo Leute und willkommen zum zweiten Teil Ich muss dich überholen Was machen sie da? Hallo 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 Moin Moin Okay 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 Hör doch mal jetzt aufmachen Mein Motorrad ist dirty Wett 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 Dirty Jetzt mach doch mal Schneller 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 Guck mal die Schrauben Hey Auf welchen Video ist die Schede? Schreib mir die Kommentare Was ist denn das für eine? Guck mal die Frau ist richtig genervt von uns Sind was für eine Redet die mit sich selbst? Ja? Redet die Frau mit sich selbst? Ob die Frau mit sich selbst redet? Nein Are you ready? Yes Oh guck mal da kommt die Bullerei Die suchen nach uns schnell weg Scheiße die Bullen Rechts wollen wir nicht wir fangen gerade aus In the city Die Wolken sehen immer noch beschissen aus Aber es regnet im Moment Im Moment regnet es noch nicht Also nicht mehr Schauen wir mal Die Linse ist sauber hoff ich Und... Red Farm Okay Oha da ist ein Tunnel Ein tunneliger Tunnel Ohohohoho Aber hier ist noch ein besserer Tunnel Besserer Tunnel Juhu Böse 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 Hiiii Hallo Da winkt einer Der Junge vor Der Junge vor Hat gewunken Cool Alles klar ey Für ein Sonntag, das ist ja ganz schön viel los Ich will irgendwie hoch zur Sparrenburg fahren wir zu sparenburg ja mann wir fahren hoch zur sparenburg ja man weiß wo der hammer liegt hier mit dem moped ich lade euch über für eine kacke mann ich bin gar nicht mehr richtig drin im ganzen motorvlogging und so wir fahren jetzt ihre lieblings strecke ihre lieblings strecke ich bin bild machen doch doch was ich ja Hey wir fahren nun, wir halten einfach nicht an! Das war ja schon immer so leer! Wir halten einfach nicht an! Hallo! Ja! Ja! Sie will da nicht hochfahren! Aber es macht Spaß! Oh, das ist die Bullerei! Das ist die Bullerei! Siehst du die Bullerei? Schatz? Siehst du die Bullerei? Augen auf! Ach, die sind hinter dem Schild! Oh, okay! Dann kannst du die auch gar nicht sehen! Da sind so ein bisschen Apfel dann hier! Keine Ahnung! Ja, dann darfst du nicht weiterfahren! Das hast du in der Fahrschule so gelernt! Ich weiß aber! Manche Leute sind nicht so schlau! Willst du damit sagen, dass du schlauer bist als andere Leute? Nee! Nee, aber das ist wirklich einfach nicht voll! Du denkst auch! Könnte passieren! Ja! 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 Herr Junge, Herr Junge, ich fühle mich wie durchgeschüttelt. Hi! Was passiert denn hier? Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Hier ist viel zu viel... Mach den ersten Gang rein, du! Du Vogel! Guck mal, machst den ersten Gang rein und da rollt nichts mehr. Gar nichts. Was ist denn los? Keine Ahnung, heute Sonntag und Party hart. Jetzt kann ich den nicht drehen. Ey, dann darf ich dich gleich schieben vor den ganzen Leuten. Ist das peinlich! Ist das peinlich! Ich sitz fast zu voll um ein Bild zu machen irgendwie. Machen wir Selfie vor der Sparrenburg? Ja, und wie denn? Hinlaufen? Wieso bist du neben mich gefahren? Egal. Hinlaufen, dann da vorne, da wo wir das eine Gruppenbild mal gemacht haben. Kann ich hier stehen bleiben oder nicht? Ich würde Lenkradschloss reinmachen. Kann ich hier stehen bleiben? Ja, ja, wir gehen ja nur nach vorne gerade hin. Oh, ich gebe mir nicht warten! Ist das deren oder ist das unser Problem? Wir wollen nur einmal kurz... Wir gehen nur einmal kurz da ein Bild machen. Und dann... Wir gehen nur einmal kurz ein Bild machen und dann gehen wir wieder hier hin und dann... Machen wir so, oder? Komm schnell, schnell! Komm! So, jetzt wird ein Selfie gemacht. Was machen wir nicht alles für Instagram? Ich schwitze, ich schwitze, obwohl es gar nicht warm ist! Danke schön, jetzt würde es reinfinden! Oh nein, das kleine Kug habe schon好 paso你们 los! Da sprengt sich bestimmt gleich in die Luft. Komm schnell, komm mal. Wir machen ein Bild. Dann gehen wir wieder da hin. Oh geil, guck dir mal dieses sexy Motorräder an. Erstmal einen Pick machen. Mir auch. Die sind so sexy. Meine Kamera ruckelt ein bisschen. Dreh dich nochmal. Geh mal runter vom Bild. Runter vom Bild. Runter vom Bild. Okay. Dreh dich mal runter. Oh fuck. Voll rutschig da. Bin ich ja dreckig. Und wie du da hin gescheitst. Keine Ahnung. Kannst du mich drehen? 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 Wenn du bis zum Fahrradländer kommst, kannst du rückwärts. Versuch's. Try it. Ich bin da. Ich bin da. Falls du rückwärts rollst, ich bin da. Komm schon. Ich bin da für sie. Komm. Rüttiger. 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 Ja. Und ich so. So stehe. Dann mit dem Einfluss auf den Boden. Dann ist da nichts. Oh oh oh. Dann ist da Ripp. Dann äh ja. Nein. Zur Not bin ich hier. You know what I mean? Ja. Da. Jetzt machst du das Motorrad an. Ich mach das Motorrad an. Warte, ich muss den ersten Gange raus machen. Rechten Fuß auf Hinterradbremse. Umdrehen. Anmachen. Schleifpunkt suchen. Und dabei ein bisschen Gas geben und dann von der Hinterradbremse. Du musst doch den ersten Gang hast du jetzt noch wieder drin, ne? Ja. Die hat den ersten Gang raus gemacht. Und ja gut. Funktioniert doch. Ich weiß gar nicht was die will. Ich weiß gar nicht was die will. Oh. Ich sollte die auch mal ganz rumdrehen. Oh. Oh. Ach ich muss diesen Motorrad schlecht an. Nee. Verdammt. Ja. Du ist wirklich nur so minutes table in. Der offset die passende Reihe kannります. Was ist denn bei diereee? ich habe sie gehittet und du hast gereizt na 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 da jetzt noch mal lang ja oder ja ich habe vorfahrt, brauchst du mich nicht durchwinken? alter, diese straße, das ist doch eine missgeburten straße, kann man gar nicht schneller als 20 fahren ach, Luisa ist da, ok ich habe sie gerade im linken rückspiegel nicht gesehen oh mein gott, die Leute die nicht im kreisverkehr fahren können der Roller hat sich schlafen gelegt der Roller war bestimmt voll müde der Roller war bestimmt richtig müde Roller müde, Roller schlafen das war witzig sexy Motorboy geiler Typ nee, das ist doof da sieht man ja dich drauf so, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen wenn das der Fall ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen Wartekupplung ziehe ich auf Branden tack 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 oriental ergangen sehen wir uns beim nächsten Motorlook tschüss Eddie était Woooo!